Ein neues Projekt mit... Sagt was! Ah, hallo! Ja, ganz vielen kleinen Leuten! Richtig! Ganz vielen kleinen Leuten und Leuten, die sich gegenseitig in die Fresse schlagen. Nämlich zu Stick Fight! So, Neil erklärt für euch, worum das Spiel geht. Ja, ich bin schlau, äh... Ich bin grün! Ah, du bist grün! Und ich steche hier grad schön Neil ab und alle beide und hab gewonnen die erste Runde. Damit irgendjemand das Spiel erklärt, will ich den dann auch weitergreifen. Tu das! Der Stick Fight geht darum... Wir sind hier in einer Map und wir müssen die anderen einfach töten mit Waffen. Richtig! Und wir spielen bis 10 Punkte. Wer zuerst 10 Punkte hat, hat gewonnen. Also es ist sozusagen Last Man Standing. Äh, wer als letztes überlebt, der hat gewonnen. Neil ist weg! Und ja... Ja, let's go! So, ich mach's! Hallo Neil! Achso, bist du überhaupt blau? Ja, bin ich! Ah! Schlange! Ah! Oh nein, die Schlange! Aua! Schlange! Wir haben übrigens erhöhtes Leben aktiviert. Hallo! Fiss dich! Ich muss mich schon gewöhnen, dass ich mit der scheiß Maus... Nein! Boom! Es war soweit für uns! Aufs Maul! Aber so hart! Also wir müssen irgendwann mal Speedrunner spielen. Das ist auch wirklich sowas wie... Vom Humor wie Stick Fight. Das wird auch sehr, sehr witzig werden. Nein! Ich hab Engels Schlangen gerufen! Tötet sie! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Au! Kurzes Geraden, das ist die beste Waffe im Spiel! Ja, das sehen wir ja noch! Ich bin die beste Waffe im Spiel! Ja, ok. Meine Waffe! Fisst euch! Nein! Oh nein! Ihr habt beide ne Waffe! Ich lebe ja noch! Was für ein Wunder! Aua! Mann! Ich muss mit Wall Run mal lernen! Ist das Grund, dass ich nur in die Richtung der Wand drücke und dann nach oben? Oder? Ja, ja! Einfach nur springen und Richtung Wand! Ja! Ja! Schlanke! Ja! Komm doch her! Ja! Ja! Eine an der Waffe! Nicht lifecycle nicht! Komm! Und! Einige! Einige! Meine Güte, hast du es bald. Ich freue mich auf die Eiskarten. Joa, läuft. Aktuell haben wir gerade Neil und ich Führung. Oh, es ist tot, es ist tot. Wir haben wieder einen Spieler. Au. Ich muss mich dann gewöhnen, ich schlag hier in die Richtung, wo meine Maus trägt. Ja. Bist du auf dem Todesstern? Mein erster Punkt. Ah, hi. Warte, bleib da dritten. Scheiße. Nein. Das fängt gut an. So, ich bin weg. Achso, ich bin grün. Ups, ich dachte ich war blau. Ja. Oh nein, 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 nein. Ah. Ah. Mein Berg. Was? Mein Berg? Nichter Berg? Mein Berg? Hä? Hä? Was schaffst du nie? Hä? Das ist so herrliches Chaos immer. Ich fände dir die ganze Zeit meinen Char aus den Augen. Ich auch. Ja. Ich wäre zum Glück. Au. Au. Oh jajajaja. Also um meine Fragen zu beantworten. Ähm. Ich bin in der Kiste drin. Hä? Ich war da, ich war in dem Ding drin. Die konnte Rot als gewinnen. Ähm. Um meine Frage zu beantworten. Ich schlag in die Richtung momentan Mauszeit, ne? Ja. Ah. Wo ist das? Ich wurde von der Kiste runter gedrückt. Also hier gewinnt gerade Haus hoch. Und ich bin eben im Gegner da. Also da wurde ich mich verarschen. Ja komm stirb doch, du Rot. Du Rot. Easy is the way to win. Aha. 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 Doch da Ja, die mal lustig Geh weg von meinem Ratz, das ist mein Ratz Nein, ich wollte es auf die Seite Aua Ah, das ist ja voll zwischen beiden Schossen im Eis. Geht aber nicht so. Ja. Oh mein Gott, nein, stell weg. Oh, oh. Au. Ohohohohoho. Alter, wurde ich wegge... wurde ich weggeklatscht. Hä, wie lebst du noch? Nein. Ja. So schnell kann sie... Das Comeback... Das Comeback. Oh Gott. Alter, das ist so fett, ey. Die ganze... hart bewegt sich hier. Au. Au. Toll, und ich fliege direkt runter. Nein, nein, nein. Engelsschlangen, Liga. Oh, oh. Oh, man. Der ist ein Engelsschlangen. Klingt halt so. Oh. Ja. Die Schlange lässt mich auch leben. Ja. 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 Oh mein Gott, ist das die Kistenkarte? Nee. Ja, wo folgt uns der Ruck? Nein. Boah. Samba. Oh. Oh ja. Oh ne. Ich hab jetzt schon Schiss. Au. Ja, moin. Ja. Äh, also da hinten zu fliegen ist immer das Beste bei der Kuh. Ja. Ja. Ey, ich hab noch wenigstens. Was? Lass mir doch mal. Jetzt gib mir ne scheiß Waffe. Oh, Schiss. Ich hab mich geopfert. Was? Für die Kuh. Ja. Was machen wir jetzt? Das. Au. Nein. Die wirft man nochmal mit F, ne? Ja, ja. Boah, so viel. Peel für ein Vampir. Au, hör doch auf. Oh, Mann. Höh. Au. Voll reingegrafen. Oh, Scheiße. Ich lass mich grad nur ein bisschen nach unten weg. Ja. Ja. Aber erst später. Oh, ich bin auf. Oh, je, je, je. Da fliegt meine Leiche runter. Ah. Ah. Huah. Häh. Hä, hallo? Oh, ja läuft ne? Ah. Ich hab auch falsch gereckt, der gute Idiot. Das fühlt gut an. Ich kann es gar nicht aus, dass ich surfen würde. DÖ 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 So, dass du leiden würdest oder so. Leiden. Uuh, schwarze Loch. Äh, Gott. Okay. Sehr interessant. Sau. Ey die Blöcke kommen auf der anderen Seite wieder raus. Das kann ja nicht sein. Nein! Manu, geht's dir gut? Du klickst so... Ja, mir geht's gut. Das ist das Psychopathen für mich oben. Boah, Amazon. Amazon-Betriebscenter. Dann halt andere Seite, wenn ihr heute kaffeln wollt. Och, ja, wir haben uns so lieb. Aber Niere, ich hab dich... Na, komm, komm, komm! Boah! Ey, sag mal, Freunde. Kommt dabei her, ich hab euch bald gleich lieb. Au, jetzt bin ich wundergesch... Waffe Support. Ja, mal zum Spezialübungen. Irgendwo, da muss man ein Päckchen sein. Ey, Niere, jetzt hat er Hoffnung, um ihn wegzurennen, sonst geht es ja noch Ewigkeiten. Ja. Da ist ne Waffe, es lockt euch, du seid damit tot. Oh, nein, da muss ich ganz schnell weg. Ach du, meine Güte. Wir sind ja jetzt dran. Nein! Wow. Das ist auch geil. Hintergüßern. Oh, der hat ein Schwert. Ja. Oh, ganz schnell mal. Komm her. Komm her. Oh Gott. Au. Nein. Okay, nur noch einen Punkt, komm. Das ist wieder der Möbel. Oh, scheiße. Du bist ja da. Wie gesagt, ihr müsst jetzt alles gewinnen, denn sobald ich gewinne, habe ich gewonnen. Ja, ich weiß. Wie bin ich denn gestorben? Fuck. Richtig. Oh. 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 Nein. Was willst? Ich hab auch verpönt. Ich überlebe dich. Ich überlebe dich. Ich überlebe dich. Ja komm doch. Nö. Schwach ist hier. Ho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ich hab mal ernst. Hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal auf. Weiß ich nicht. Ah. Bin ich tot? Ich weiß es nicht, ich bin voller Kleber. Sag mal, ich hab mich nicht so Stingy gefühlt. Kaisel. Ja! Du sch... Ich würd dann sagen, Gewinner der heutigen Runde ist... Banu. Ja, Logo. Glückwunsch. Was heißt hier Logo? Au. Was heißt hier Logo? Ich würd sagen, Leute... Banu, dafür kriegst du das aufs Maul. Ey, au. Ja, da ich jetzt Gewinner bin, übernehme ich gleich mal die Abbot auch einfach. Ich hab ja schon die Anbot gehalten gemacht. Und zwar... Liked das Video bitte. Der Daydreamer macht super Support. Den, ähm... Äh... Super... Ich mein... Ihr wollt ihn supporten. Und er macht super Konsinnen. Warum kommt... Richtig. Liked das Video. Abonniert den Kanal. Richtig. Dankeschön. Das wäre nett. Teilt das wieder mit euren Freunden. Wenn ihr wollt... So. Mehr gibt's nichts zu sagen. Außer, dass, äh... Ich dich jetzt gleich mal fertig mache. Einfach nicht bleiben. Ja, tschüss. Ciao. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020